Mmm.... deeVE jockey sehr gut Oh Gott! oh Gott. Oh Gott. Ich glaube es hat euch noch ein bisseit'll falscherchert vergessen. aber gut du heilige du heilige kacke out um gott so gott gott ja es muss das die ganze zeit machen oder was nicht scheiß misstlicher manche mimik ja du konntest auch mal irgendwas sinnvolles machen man 18 schaden wo acht schaden zusammen natürlich nur noch ein da ich bin habe ich gegartig eine noch als ist mit verträgt die können sich splitten und ich mich verarschen wenn man mich erst mal nackt zu fressen 19 hp ist man das ganze nicht gerade okay hat sich erledigt wieder 92 erfahrung 16 hp 6 offens 1 defense 1 q1 speed 1 emilie läuft der präsent moskito schaden okay 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 macht da okay to be equipped on the body defense 27 bis 21 31 die fans ist ja nicht gerade so viel ich weiß nicht können wir uns natürlich noch mal kämpfen draußen ich kann mich jedenfalls nicht mehr ganz so genau erinnern deswegen vorspulen wir mal jetzt ordentlich zurück und werden schön wieder in die in die dinge sind die das schnee gehen und dann spulen wir wieder vor ja 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 ist sehr gut muss man mich hier nicht ständig in den weg werfen ich würde euch nicht hören geht mir auf den geist billenkäfer so selbst geben ja dass die spielzeit nicht hoch geht wenn man das macht die trotz normal weiter warum auch immer weil sich zwar auch nicht warum aber sollen wir echt sein wenn man nichts mehr geht was hier weiter gut dann ich würde nicht werden gehen wir es nach oben beziehungsweise ich kann draußen runter okay geben mich jetzt speichern und dann mache ich noch zu heute wieder oder 20 uhr ich weiß nicht gewicht ich glaube ich bin doch noch ein bisschen weiter und nicht bis 21 ok so auf zum jalo in was zombies und mich war schon ich schreibe seid ihr denn ja gut sie sind nicht gerade stark das sind eigentlich gegner von das darf und daher oder für den klein offen alter leute das muss ich in angriff nehmen drei kämpfe nur und dann sind das ist schon wieder ja wir machen wir verdämpfe schreiben bei denen haben wir das mit mit das da vergleichen am anfang kapitel zwei um 73 klar dass es ein alles stücke zerfällt als ein zimmer gut wo ist noch einer da kommen wir ja die 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 liegen da ich dachte schon jetzt auch nähen nähnen 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 Bevor ich mich mit dem anlege, will ich vorher gespeichert haben. Ich spiele es um die Fische. Wow, Alter. Alter. Auch wenn der das bei... Alter. Kacke. Ja, der Baum, bedanke, danke. Boah, Alter. Mach deinem Mann mal so witzig. Pfff, geht darauf an der WP. Boah, B5 Office 1 Speed 1. Das war ja Markus, die Hör. Mach davon wasser für schaden. Boah. Alter, armer Scheißer. Nein, nein, nein. Musst du dir vorstellen, wenn so ein riesen Ding kommt, so einen kleinen Affen drauf fällt. Kein Wunder, dass der 50 Schaden macht. Boah. Alter, Verwalter. Das gibt es nicht. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ausch. Damonschiss. 69. Fassade. 69. Du, du alte Schlinge, du. Ähm, ja. Ich bin irgendwie verleitet hier zu leveln, weil das sind so viel EP für den niedrigen leveln. Na gut. du, 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 du du, du. Oh. Also mal an. Hallo. Hallo, Butch. Why, hello there! What do you think of the wonderful deck I gave you? Is it your liking? Oh, you too Mr. Fassard. Don't scare me like that. Actually, I was just counting to see how much is in here. Nyehahahahaha! Just is extra careful that it doesn't get swiped by any thieves. Oh, very good. No more weiter. Oh, ouch. Oh, pardon me. I wasn't paying attention. I'm sorry, but we are in a terrible hurry. If you excuse us, come now little monkey. You should be off. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do There's money inside Ever heard of money? What? You don't know what money is? Actually, I'm not really all that sure Eva After all, you've never had it in Tasmania before But apparently an area of money is about to start Huh? What's an area of money? I don't Huh? Oh, a traveller gave it to me in exchange for some pigs Yeah, he took a real liking to my pigs And then he asked me in tears if I'd trade them for this It did seem pretty strange to me at first But I decided to trust the guy He's definitely 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 a friend worth having Anyways, he gave it to me, which means it's mine, right? I don't want any equivalent people taking off of it So I'm gonna type it in this world here Duster Duster The secret is just between you and me It's the secret to everybody G- Yeah Hehehehehehe Hehehehehehe Dürfen wir? Nein. No way in that way. Ich hasse dich. Geh sterben, du scheiß Blöder. Oh, ich will jetzt hier irgendwelche rassistischen Sachen sagen, aber nee, 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 das lasse ich nicht bleiben. Auch wenn du aussiehst wie so ein, ähm, na ja. Äh, Achmed the Terrorist, ne? Den will ich nicht sagen. This is test me, you village. Everyone is nice. Ja, schön. Schön für dich. This village was much more carefree until just recently. How much is the lodging fee, my good man? Äh, äh, fee? There is no how much here. Please feel free to stay tonight. Oh, I see. Still, it's hard to encompass something to have. Oh, I guess it's okay then. I can't really accept your offer. I suppose it's good choice. Oh, the room is in, it is the running middle. Please make yourself at home and have pleasant dreams. Thank you very much. Come, little Salsa, I will thank you. Eee, how cute. Well then, if you excuse us, come, little Salsa, let's go to our room, shall we? Shall we? Shall we? Keine Ahnung. Meine E-Schaussprache ist halt, ihr wisst, wie sie ist, ne? Von daher, hier in die anderen Räume. Ein klares Neid. Arsch, Loch, Ficker, du blöder Wichser, ich hasse dich, Fassad. I hate you. You're going to work hard for me, it's starting tomorrow. No ground to sleep. Du, der scheiß Affe, du. Also, ich meine nichts als, dass du in den E-Schaussprache bist, Fassad. Du, der scheiß Wichser, ey. Oh, was geht jetzt ab? Darum kann ich mich gerade überhaupt nicht erinnern, hätte ich gesagt. Kann ich mich bewegen? Ach, ich kann mich bewegen. Okay, Speicher-Time, Save-Time. Saving, 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 Saving. Okay. Es ist Locked. Lock-A-D 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 lock 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 lock? Du 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 woa was? You've arrived at also castle? Good, made until dawn then stormed the place. Everything's progressing smoothly here. What?! You saw someone else hang around the castle? Das ist es? Du hast ihn gesehen? Dann bleib ihn bei. Er ist wohl nur ein Villager, der getrunken und gett ihn selbst lost. Er ist mit einem Limp? Ich denke, ich habe ihn gesehen. Er hat brown hair, ein gloomy fehl, ein schlechtes Bad breath und sieht ein bisschen wie ein Bum. Ja, ich weiß nicht. Ja, okay. Ich lebe ihn in deinen Händen. Schau mal an! Es ist dann auch, wenn er das Geld geklaut hat. Hier soll man, glaube ich, doch immer mal zurück, wenn ich das wie hier einen auf die Fresse bekommen oder so. Von daher... Oh, I see you are not trying to run away. I guess the fear of punishment stunned you into his binders ramp. Nee! Die Fresse, du Arschloch. Oh, ich hasse ihn so sehr, ne? Meine Fresse. Die Fresse. Es ist Cock Bien. pretend man, glaube ich halt nicht. Da ist nicht sebang. Ich blende doch immer zurück. Das war etwasکai im Nach путem. Ist ja auch sehr sehrñosstens. Ich auch übrig Hunger schon mal. Ach, der arme Salsa.